Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf Linux Guides und heute schauen wir uns MX Linux an. MX Linux ist ein System, was auf Debian aufbaut, was sehr für seinen, ich sag mal, effizienten Desktop mit sehr hoher Stabilität bekannt ist, aber dafür noch eine hohe Funktionalität hat, sagen wir es mal so. Den gibt es in drei Ausführungen, einmal in Xfce, in KDE und in Fluxbox und ich hab mir mal gedacht, ich hab mir schon ewig nicht mehr Fluxbox angeschaut und ich denke, das passt auch ganz gut zu unserem Adventskalender, ich will ja ein bisschen was rumzeigen, was sonst noch so in Linux möglich ist und was es für verschiedene Punkte gibt und deswegen gehe ich jetzt hier mit Fluxbox ins Rennen. Das habe ich jetzt hier einmal heruntergeladen, da kommen wir einmal auf das Sourceforge und dann kann man das hier anfangen herunterzuladen. Das geht jetzt in dem Fall sogar super zügig. Ich habe tatsächlich, ich habe das schon heruntergeladen, davor ich meine eine halbe Stunde oder sowas gewartet, bis es heruntergeladen wurde. Also das hängt teilweise sehr von der Performance ab, das würde ich auf jeden Fall ankreiden. Ansonsten ist deren Flaggschiff einmal Xfce mit einem Standard Debian 6.1, 64 Bitkörnel und das Ganze soll vor allen Dingen gut geeignet sein, wenn der Rechner schon wenige Jahre alt ist. Das Ganze habe ich jetzt schon heruntergeladen natürlich und habe ich hier auch schon einmal gestartet und das sieht ja am Anfang schon mal sehr wild aus. Das ist jetzt das Fluxbox, also ich sage mal der Underdog und ich bin mal sehr gespannt, wie das denn jetzt hier aussieht. Ich möchte das Ganze jetzt einfach mal installieren, das können wir hier oben machen. Ich wähle einmal Install MX Linux aus und dann wird das jetzt hier einmal gecheckt. Ich muss sagen, das sieht schon sehr spacey aus und nicht so lesbar, bin ich ehrlich. So, ich wähle hier einfach mal Next aus und dann können wir hier einmal auswählen, was jetzt hier genutzt werden soll. Ich wähle jetzt einfach mal Regular Install using the entire disk, wählen wir einfach mal aus. Das Standardmäßige, es wurde auch noch nicht nach der Sprache gefragt, also wir sind hier leider noch im englischen Bereich drin. Wir können hier noch eine Verschlüsselung erlauben und das war's. Aber, also bitte sagt mir nicht, dass das deren Ernst ist, dieser Installer. Ich denke, das ist dieses Fluxbox, aber ich denke, ihr seht das auch. Das kann doch nicht deren Ernst sein, oder? Naja, wir wählen einfach mal Next aus. Ist okay, ich möchte hier die Festplatte so verwenden, wie ich das haben möchte. Und dann beginnt schon eine Installation. Wir können einmal unseren Namen eingeben, unsere Computer-Domain und unseren Samba-Server für das Microsoft-Networking. Finde ich gar nicht so schlecht, dass man hier direkt versucht, einen Samba-Server mit einzubauen in gewisser Weise. Oder eine Netzwerkfähigkeit einzubauen, damit das direkt besser mit beispielsweise anderen Rechnern, aber auch Windows-Rechnern beispielsweise gut vernetzt ist. Finde ich eine schöne Sache, von daher lasse ich es jetzt einfach mal drin. Ich wähle einmal Next aus und dann können wir jetzt mal unsere Localization-Defaults, also unsere Lokalisierung auswählen. Und hier sind wir natürlich in Deutschland. Hier haben wir es, Deutschland-Deutsch. Und Time Zone sind wir in Europa und das in Berlin. Perfekt. So, nehmen wir das Ganze mal und ich schaue einfach mal in die Service-Settings rein. Dann können wir hier nochmal einstellen, was sonst noch so mit drin ist. Das möchte ich jetzt gar nicht zu ändern. Ich wähle mal Close aus hier. Nein, das ist wohl ein falsches Close. Wir wollen nicht jetzt stoppen. Ich möchte hier einfach wahrscheinlich OK auswählen. Ja, ich muss einfach OK auswählen. Dann wähle ich einmal Next aus und dann können wir jetzt hier einmal unseren Benutzernamen eingeben. Das ist jetzt hier einmal der Jean und ein Standard-Passwort. Aber ich muss wirklich sagen, puh, also hat sich da jemand wirklich gedacht, dieses Thema sieht gut aus. Das wollen wir in ein Installationsmenü packen. Ich hoffe nicht. Also das macht jetzt keinen guten Eindruck, bin ich ehrlich. Und dann installieren wir den Kollegen hier. Ist aber wie gesagt nur eine Nebenversion von MX Linux. Ist nicht das Haupt-MX Linux. MX Linux empfiehlt ja sehr stark auf der Seite dann das Xfce. Wenn wir hier auf Download gehen, die sagen, auch auf Flagship Desktop. Also das sollte man, denke ich, schon hauptsächlich wählen. Was ich aber auch schön finde, ist, dass sie hier ein Advanced Hardware Support haben. AHS heißt es bei denen, wo sie einen neuen Kernel mit liefern, wo man dann etwas neuere Hardware mit unterstützt bekommt. Das finde ich persönlich doch sehr nett und ziemlich gut gelöst. Dann schauen wir doch mal, was denn hier MX Linux so über sich erzählt. Die Current Release Features. Wir haben drei Desktops, Xfce, Plasma und Fluxbox. Ist klar, haben wir schon eben geklärt. Wir haben auch noch 32-Bit hier. Muss man auch ganz klar als Vorteil sehen in gewisser Weise. Vor allem für die Leute, die es brauchen. Hier waren wir. Also es gibt es auch noch in 32-Bit. Das finde ich richtig schön. Auch das Fluxbox gibt es noch in 32-Bit. Find, ist cool, absolut. Haben nicht mehr ganz so viele Distributionen. Wir sollen wohl sehr einfach den Kernel wechseln können mit dem MX Package Installer. Das schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Als Unterlage haben sie direkt einen Debian Bookworm in der 12.2er Version. Also die aktuellste meine ich einmal das Xfce 4.18, was auch das aktuellste ist. KDE 5.27 müsste relativ aktuell sein. Ich meine, es gibt nämlich jetzt auch KDE 5.28, aber meine Güte, das liegt halt eben an Debian. Das ist schon okay. Und ich denke, Fluxbox ist jetzt auch in einem ganz okayen Zustand. Ich glaube, so viel ändert sich da sowieso nicht. Ja, sie unterstützen nebenbei auch den UEFI Installer. Das sollte auf jeden Fall mittlerweile der Standard sein. Oder jedenfalls standardmäßig mit drin sein, sagen wir es so. Dann haben wir einmal verschlüsselte Partitionen. Ist ganz klar. Ein sehr schönes, verzerrtes Bild vom MX Package Installer. Also das ist jetzt hier eine ganz einfache WordPress-Seite. Ist ja auch absolut nicht schlimm. Nutze ich auch sehr gerne. Und sind auch fast alle meine Webseiten mittlerweile drin gebaut. Aber dass hier so ein Bild verzerrt drin sein muss, ich weiß ja nicht. Und das vor allem, wenn sich das Ding gerade hier vorstellt, kann ich nicht so viel zu sagen, bin ich ehrlich. Dann haben wir hier einmal unsere großen Applikationen, die vorgestellt werden. Einmal Firefox VLC Strawberry als Music Manager und Player. Ich glaube, das ist so ein Klon von Clementine. Wer das noch kennt? Ja, das ist ein Klon von Clementine. Ob die da so viel drin geändert haben, weiß ich nicht. Ist mittlerweile, muss man sagen, doch schon so ein bisschen angestaubt das Ganze. War ein super Musikspieler, finde ich, Clementine. Schauen wir doch mal, wann bei Strawberry das letzte Release da war. Hier steht noch Copyright 2021. Aber gut, das letzte Release war 2023 im Oktober. Das ist schon noch okay oder vertretbar, würde ich mal sagen. Thunderbird haben wir hier einmal als E-Mail-Client und dann LibreOffice als Office Suite. Sehr cool, also sie haben hier ziemlich viel aufgelistet, was sie dann sonst noch so unterstützen und machen und empfehlen. Ja, meine Güte, ist doch schön. Ich schaue mir das Ganze jetzt dann doch nochmal an, hier in der Installation. Die ist jetzt anscheinend schon fertig und ich sage jetzt einfach mal Finish und der Rechner sollte hier einmal neu starten. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und dann können wir hier direkt das MX Linux starten. Diese Animation ist cool, muss ich sagen. Noch nie sowas gesehen in der Hinsicht. Sieht schick aus. Wir können uns hier einmal anmelden. Aber MX Linux findet es anscheinend wirklich cool, das Hintergrundbild, was wir hier sehen, zu kacheln. Ich muss sagen, ich habe nie den Sinn hinter diesem Kacheln verstanden. Aber sorry, das muss ich am Anfang direkt erstmal ändern. Ich wähle hier rechtsklick darauf aus. Hier haben wir unser Fluxbox-Menü in gewisser Weise. Hintergrund, Erscheinungsbild und dann Hintergrund. Und dann wählen wir mal Auswählen aus. Und hier können wir einmal, ich sage mal, dieses Standard-Hintergrundbild nehmen. Automatisch ist jetzt hier nicht so gut. Ich sage mal Zoomt rein. Und dann sage ich mal Apply. Ja, gefällt mir schon ein bisschen besser. Zoomt, Fill wähle ich mal aus. Und ja, das wäre so mein Punkt, womit ich mitgehen würde. Das sieht doch schon um einiges schicker aus. So, wir schauen uns jetzt mal den Willkommensbildschirm an. Die FAQ öffnet sich hier eine PDF sogar. Und die ist sogar auf Deutsch. Das finde ich richtig schön. Wobei ich glaube, hier auch so ein bisschen automatisierte Übersetzung stattgefunden hat. Wir können auch direkt sehen, wie man beispielsweise Flatpacks installiert. Da klicke ich einmal drauf und dann öffnet sich der Kollege hier auch schon mit dem aktuellsten Firefox. Und wir sehen, wie man das hier installiert. Ist die klassische Anleitung. Kann man, denke ich, nicht viel falsch machen. Witzigerweise bei Fluxbox, wenn man da darauf doppelt klickt, dann klappt sich dieses Fenster ein. Das war auch mal früher ein Feature, was anscheinend sehr cool war. Ich kann das nicht mehr so nachvollziehen, bin ich ehrlich. Ist unter anderem beispielsweise auch bei Gnome rausgeflogen. Warum nur? Aber ist ja vollkommen okay. Okay, ich schaue jetzt hier aber trotzdem mal ins Wiki rein von MX Linux. Das scheint ja wohl ganz cool zu sein. Und dann haben wir hier ein Inhaltsverzeichnis. Und dann ist hier doch schon einiges mit eingestellt. Auch in Deutsch. Das finde ich cool. Ich gehe mal davon aus, dass man das irgendwie automatisch übersetzt. Ist ja aber auch vollkommen okay, wenn es funktioniert und wenn das gut aussieht. Und das macht es auf den ersten Blick. Und hier finden wir dann verschiedene Artikel. Wir können uns mal alle anschauen. Grafiktreiber. Außerirdischer. Das sieht ja auch sehr wild aus. Alien heißt es wohl. Hier sehen wir auf jeden Fall, dass es automatisch übersetzt wird. Hm. Alien mit Außerirdischer zu übersetzen, ist denke ich schon okay. Wobei, das wird wahrscheinlich was ganz anderes sein als Außerirdischer. Das ist dann doch schon etwas gewagt, bin ich ehrlich. Aber sonst auf jeden Fall nein, man kann sich hier nicht beklagen. Hier ist ein ordentliches Wiki drin mit vielen verschiedenen Seiten. Das ist doch meiner Ansicht nach ein großer Pluspunkt. Das wäre es soweit zur FAQ Benutzerhandbuch. Ist denke ich dann hier diese PDF. Die können wir uns hier auch nochmal anschauen. Ich finde trotzdem diese Scrollweise von diesem Q-PDF-View schon sehr komisch. Wenn man nämlich ans Ende einer Seite angelangt ist und einmal kurz weiter scrollt, dann wird man hier auf so eine neue Seite gespawnt. Finde ich um echt zu sein, ja, etwas komisch. Vielleicht sehe ich das auch nur so. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber jetzt sehen wir hier tatsächlich ein großes Benutzerhandbuch mit insgesamt 290 Seiten. Ich glaube, das ist schon ordentlich. Und da sehen wir doch auch einiges, was man sich hier dann gut durchlesen kann. Und ja, sieht wirklich gut aufbereitet aus. Ich glaube, da kann man wirklich wenig meckern. Außer, dass wahrscheinlich das Ganze automatisiert übersetzt wurde und eventuell etwas komisch. übersetzt ist. Aber meine Güte, dann ist das halt so. So, Wiki haben wir uns angeschaut. Tools können wir uns mal anschauen. Das sind jetzt dann die MX-Tools, für die MX-Linux auch, ich sag mal, sehr viel Lob in der Vergangenheit bekommen hat. Oder von seinen Nutzern auch deswegen sehr geschätzt wird. Wir haben ja verschiedene Tools, wie einmal die MX-Live-USB-Erzeugung. Damit können wir aus dem aktuellen MX-Linux einen Live-USB-Stick generieren. Das ist eine schicke Sache. MX-Schnappschuss ist auch nochmal eine Sache. Wir schauen einfach mal rein, was das ist. Und dann können wir hier einen Schnappschuss von dem Ganzen erstellen. Und das wird in eine ISO-Datei gegeben. Dient aber auch dazu, tatsächlich aus der aktuellen Distribution eine ISO-Datei zu erstellen und dann so weiter zu verteilen. Das ist eine ziemlich schöne Sache, muss ich sagen. Wenn das genauso funktioniert, schick. Dann haben wir hier einmal ein CH-Root Rescue Scan in der Maintenance, was wir doch einfach mal eingeben. Schauen wir doch mal, was hier rauskommt. Und dann sehen wir hier, dann ich denke die Option, wenn man mit dem Live-USB-Stick drin ist, dass man hier dann in ein bereits installiertes System eingreifen kann und da den Terminal aktivieren kann. Ich denke, das wird es sein. Einen Disk-Manager haben wir hier. Den öffnen wir doch einfach mal. Und das scheint auch eigens entwickelt zu sein. Jedenfalls kommt mir das sehr unbekannt vor. Ist von Flo Mertens. Ich weiß nicht, ob das jetzt MX-Linux eigen ist, aber es ist auf jeden Fall unbekannter. Ich selber kenne das noch nicht. Und dann können wir hier einmal unsere Festplatten bearbeiten. Ja, Systempartizien bearbeiten. Und dann können wir hier verschiedene Sachen einstellen. Ja, gut, okay. So ähnlich wie Gnome Discs, nur in einfach, sage ich mal. Die MX-Boot-Optionen, die schauen wir uns doch auch nochmal an. Hier können wir das Boot-Menü einstellen. Das finde ich, um ehrlich zu sein, ziemlich schick. Das werden ganz, und dann machen ganz, ganz viele Distributionen gar nicht mehr. Manchmal gibt es ja noch den Groob Customizer, aber manchmal ist er in den Ubuntu-Quellen drin, manchmal nicht. Aktuell ist er wieder nicht drin. Und das macht hier MX-Linux jetzt einfach selber. Sie sagen, ja, die können uns mal, wir machen das selber. Und das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Auch hier die Menü-Optionen sind gut eingepflegt. Und da können sich, denke ich, sich noch andere Distributionen gut etwas von abschneiden. Die MX-Boot-Reparatur ist, denke ich, auch klar, was das Ding macht. Und sieht nach einer einfachen Boot-Reparatur aus, die ich selber auch so noch nicht kenne. Wir schauen mal auf über. Ist von MX-Linux tatsächlich auch selber. Und macht meiner Ansicht nach auch auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Cool. MX-Clean-Up ist dann, um den Festplattenspeicherplatz freizugeben. Hier Punkt Thumbnails, Punkt Cache kann man leeren. APT-Dateien, den Cache kann man leeren. Flatpack bereinigen kann man hier machen. Den Papierkorb leeren können wir. Alte Protokolldaten löschen können wir. Das können wir sogar auch schon automatisieren. Also das ist wirklich ordentlich. Und ich glaube, so macht das keine andere Distribution. Also hier auch nochmal ganz großes Chapeau an MX-Linux, was sie hier dann so an Tools noch mitentwickeln. Und das ist auch ziemlich einzigartig. Genauso wie die Samba-Konfiguration scheint auch von MX selber zu sein. Hier können wir einzelne Freigaben hinzufügen. Das entwickelt sich, ich sag mal, eigentlich zu einem ganz eigenen Jast hier dieses MX-Tools. Also dieses Tool von OpenSUSE, sag ich mal. Aber nur in besser oder in aktueller, sagen wir es einfach mal so. Oder ich sag mal in nützlicher jetzt als das Jast von OpenSUSE. Da sieht OpenSUSE doch fast alt aus, bin ich ehrlich. So, Service Manager können wir uns anschauen. Der MX-Service Manager versteht sich. Und dann können wir jetzt hier alle verschiedenen Dienste uns anschauen. Und entweder starten beim Systemstart deaktivieren oder stoppen. Okay, das ist am Ende, ich meine System D, oder? Sieht sehr nach System D aus. Ist ja fast ein Serverbetriebssystem, wenn wir uns das hier mal anschauen. Benutzermanager für MX, die haben sich auch einen eigenen Benutzermanager gebaut. Also die haben hier wirklich auch viel aus der eigenen Softwareküche. Das sieht doch alles ganz ordentlich aus. Und dann können wir hier beispielsweise auch die Gruppenzugehörigkeit ändern. Man ist als Standard wirklich in relativ vielen Gruppen drin. Das finde ich ganz schick, weil man dann wahrscheinlich auch wirklich alles machen kann. Manche sind da, vor allen Dingen manche Benutzermanager, sind da wirklich sehr dürftig, bin ich ehrlich. Also stark, was da alles mit MX hinzukommt. Das wäre jetzt einmal die Maintenance. Dann geht es weiter zum Support, nee Setup meine ich. Das wäre dann einmal hier unser Über-MX-Linux-Fenster. Wir haben hier einmal Fluxbox, nicht Flixbus, das ist was anderes. In der 1.3.7, klar. Debian 12.2 haben wir schon gesehen. Unterstützt bis Juni 2028. Finde ich auch schick, dass es mal da drin steht. Unseren kurzen Systembericht haben wir hier. Den kann man hier entweder kopieren und ins Forum direkt einfügen. Oder Game Support sozusagen geben. Und das sieht doch alles ziemlich ordentlich aus. Dann machen wir mal weiter mit den Nvidia-Treibern-Installer. Ich gebe mir mein Passwort ein. Das ist dann hier ein Terminal-Tool. Er sagt in dem Fall, keine Nvidia-Karte gefunden, verlasse das Programm. Das sieht auch halbwegs richtig aus. Deswegen belasse ich das jetzt mal hier bei den MX-Conkey haben wir hier einmal. Das scheint dieses Ding hier zu sein. Dann können wir einstellen, wie denn das jetzt so aussieht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was hier im Hintergrundbild mit eingebrannt ist, das sieht schon alles ziemlich gut aus und ziemlich richtig und auch relativ schick. Und ich muss sagen, hier passt es jetzt wieder. MX Linux hatte vor 1, 2 Jahren eine sehr, sehr blöde Veröffentlichung mit einem lilanen Hintergrundbild, mit einer lila Schrift hier. Man konnte es wirklich nicht lesen. Ich weiß nicht, wer da wirklich 1 und 1 zusammengezählt hat. Das war wirklich kein gutes Bild. Aber jetzt so, nachdem wir das Hintergrundbild jetzt nochmal etwas richtiger eingestellt haben, finde ich, kann sich das auch gut sehen lassen. MX-Datum, Zeit ist, denke ich, klar. Netzwerk-Assistent, schauen wir uns einfach mal an, was der macht. Dann können wir hier einmal unsere Schnittstellen deaktivieren oder aktivieren, Linux-Treiber hinzufügen und eine Netzdiagnose stellen, beispielsweise ein Ping, beispielsweise www.linuxguides.de. Schauen wir mal, ob wir hier das Ganze erreichen. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Cool. Ich schließe den Kollegen wieder und wir schauen uns das Ganze weitem mal an. Soundkartenwahl überspringe ich jetzt mal. MX Tour ist vielleicht eine Sache. Dort finden wir eine Einleitung, sage ich mal, was MX Linux so alles macht. Also für den Einsteiger ist es dafür gedacht, einfach mal eine Tour zu geben. Panel sehen wir hier, was man hier machen kann. Das haben sie aber eigentlich ziemlich schick, ich sag mal, erstellt. Auch für das Fluxbox auch hier angepasst. Das Menü sieht auch, oder die Leiste sieht auch wirklich genauso aus. Das haben sie ganz schick gemacht. Kann man nicht sagen. Also da steckt eine Menge, Menge Arbeit drin. Hier haben wir einmal unsere MX Tools, unsere Hilfe und den Settings Manager. Dann kann man hier nochmal weitere Einstellungen tätigen. Sehr cool. Conky sehen wir hier einmal. Cool. MX Tools, MX Welcome, die MX Fluxbox Settings gibt es auch nochmal. MX Tweak, Install Apps ist auch nochmal eine Sache, die wir uns anschauen wollen. Wie wir das Ganze aktualisieren, sehen wir hier auch. MX Snapshot, die Systeminfo für die Forumhilfe und die Hilfe für MX Linux. Schick, dass man hier so eine einleitende Tour hat. Der Helligkeitsregler der Systemleiste, den kann man hier starten. Und dann können wir hier die Helligkeit regeln. Gut. In dem Fall macht es wenig Sinn, weil bei mir funktioniert es gerade nicht. Das ist aber auch okay so. Aber cool. MX Tweak haben wir hier. Dann kann man hier nochmal verschiedene Punkte umstellen. Wann der Bildschirmschoner beispielsweise startet. Man kann das Fluxbox Menü beispielsweise zurücksetzen, man kann auf das Standard Dock zurücksetzen und das sieht doch alles ordentlich aus. Jetzt bin ich gerade in so einer Lobtour und stelle gerade fest, also wir haben nur 785 MB an genutzten Speicher, das ist okay. Aber eine Sache stelle ich gerade fest, wir haben hier eine englische Tastatur gerade noch eingestellt. Das darf jetzt aber nicht der Sinn der Sache sein, bin ich ehrlich. Wir schauen nochmal auf Systemtastatur, ob wir das jetzt hier aber mal ganz schnell und schleunigst umstellen dürfen. Ja, hier haben wir Tastatur Layouts auf Englisch eingestellt. Schade, dass das sich jetzt hier nicht irgendwie durch den Installer auf Deutsch gestellt hat, muss ich ganz klar sagen. Ich gehe hier mal auf Deutsch und wähle einmal OK aus und schiebe den Kollegen hier mal nach oben und entferne mal die englische Tastatur. Ich wähle Apply aus, OK und jetzt habe ich noch hoffentlich eine deutsche Tastatur. Nein, habe ich immer noch nicht. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Wir schauen nochmal drauf. Also es ist auf Deutsch eingestellt. Ich gebe ihm nochmal die Chance, sich hier neu zu starten. Dafür gehe ich hier unten ins Menü. Ui, das sieht auch ziemlich cool aus. Hier haben wir die verschiedenen Punkte. Ich möchte meinen Rechner nur herunterfahren. Ach hier, rechts unten. Zack. Und dann wähle ich hier mal neu starten aus. Hier wäre eine Beschriftung schon gar nicht so schlecht, bin ich ehrlich. So, der Rechner wurde einmal neu gestartet. Schauen wir doch mal, ob sich das jetzt umgestellt hat. Ja, jetzt hat sich das umgestellt. Jetzt haben wir die deutsche Tastatur. Gut, nochmal gefangen, würde ich mal sagen. Wir schauen nochmal zu den MX Tools. Da waren wir stehen geblieben. Da haben wir es. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu System Lokalisierung. Ich denke, das ist das, was wir im Installer sozusagen auch schon einstellen konnten. Hier können wir unsere Locales konfigurieren. Standorteinstellungen. Hm, okay. So richtig viel sagt mir das jetzt nichts, was ich jetzt hier auswählen muss. Und jetzt Benutzer installierte Pakete können wir uns anschauen. Schick. Hier kann man sozusagen von einem anderen MX Linux sich die Benutzer installierte Paketeliste erstellen lassen und diese Liste auf einem anderen Rechner wieder installieren. Da hat doch wirklich jemand mitgedacht. Mega cool. Dann haben wir hier bei Software einmal die DEB Paketinstallation. Dann können wir jetzt hier verschiedene DEB Dateien auswählen und installieren. Schick. Einmal den MX Fix GPG Schlüssel. Hm, hm, okay. Wenn da von den Schlüsseln was fehlschlägt bezüglich der Software. Die MX Paketinstallation, die schauen wir uns doch jetzt direkt auch mal an hier. Und dann haben wir jetzt hier so eine Software Boutique. Wir haben ja gestern einmal Ubuntu Marta ausgetestet. Und da bin ich ja schon absoluter Fan von dieser Software Boutique. Das ist jetzt hier, ich sag mal, die Variante auf Wish bestellt. Spaß beiseite. Es ist hier natürlich ein bisschen einfacher geworden. Dafür hat man auch mehr Auswahl, aber auch, ja, ein bisschen weniger Info, glaube ich, oder? Ja, naja. Also dieses Infofenster. Okay, meine Güte, es gibt noch rein, was für zu installierte Pakete es gibt. Dann können wir hier einmal verschiedene Arbeitsoberflächen installieren. Das ist schick, dass man es direkt mit einem Klick machen kann. Kenne ich nicht so häufig. Dann haben wir hier einmal verschiedene Audio-Einstellungen oder Anwendungen. Beispielsweise Spotify, OBS Studio, Simple Screen Recorder. Dateiverwaltung können wir hier verschiedene installieren. Was für ein Standard-Dateiverwaltungsprogramm haben wir denn hier drauf? Ich klicke hier einmal auf den Ordner. Und dann ist das hier ein Tuner. Ja, das ist doch ordentlich. Finde ich einen schicken Dateimanager. Gefällt mir sehr gut. Wir haben auch einen Zwei-Listen-Modus. Also was will man mehr? Man kann ja auch Verknüpfungen, glaube ich, direkt erstellen. Tuner hat mir sehr gut gefallen in dem letzten Test. Wir können direkt Sachen als Root öffnen. Ich glaube, irgendwo auf Bearbeiten können wir die Verknüpfung erstellen. Genau hier. Perfekt. So wollen wir das. Verknüpfungen sind immer, also bei manchen Desktops gar nicht mehr so richtig drin. Oder bei manchen Dateimanagern. Von daher, das ist schon okay so hier. Aber gut, hier ist sozusagen erstmal MX-Paket-Installation. Aber hier ist auch wirklich ordentlich was drin. Also das ist schon echt... Ich glaube, da muss man sich schauen, dass man sich in den Themen nicht verliert. Aber ich glaube, das sieht ordentlich aus. So, dann schauen wir zu den aktivierten Repositories. Was denn hier als Spiegelserver, woher sich MX-Linux die Quellen bezieht, was hier mit drin ist. Ne, ich glaube, da kann man einfach alle Repositories suchen. Oder alle Sachen durchsuchen. Ich suche mal nach Bitwarden, ob wir hier direkt was finden. Ne, finden wir nicht. Aber dafür wahrscheinlich aus entweder den MX-Test-Paket-Quellen. Ne, aber dafür in den Flatpacks werden wir es finden. Ich gebe mal mein Passwort ein. Ich habe einfach mal auf OK gedrückt und keine Ahnung. Und jetzt finden wir hier Bitwarden Desktop perfekt. Kann ich einmal hier auf den Haken klicken. Ich wähle installieren aus. Und dann installiert er den Kollegen. So sieht das doch gut aus. So muss es doch. Und diese Paketinstallation ist, ich denke, schon relativ einfach gehalten. Aber sie unterstützt doch mehr als es beispielsweise ein Yast auch. Ein Yast unterstützt, glaube ich, immer noch kein Flatpack. Und von daher kann ich mich jetzt hier selber nicht beschweren. Man muss natürlich sagen, ein Augenschmaus ist es nicht. Ist ganz klar. Ist die ganze Distribution nicht. Muss es aber auch nicht sein, finde ich. Also muss ja nicht immer alles super, super schick aussehen. Siehe Linux Mint. Ich nutze Linux Mint beispielsweise hauptsächlich auch nicht wegen des Aussehens, sondern wegen den Funktionen dahinter. Und da muss ich sagen, macht sich MX Linux doch auch einen guten Namen. Und auch, ich muss sagen, von dem MX Linux Fluxbox habe ich wirklich nichts erwartet. Bin ich dennoch positiv überrascht, dass es dann doch so schick aufgeräumt aussieht. Gefällt mir sogar fast besser eventuell als das XFCE. Dieser Finder, der ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dieses Menü. Aber ich denke, da kommt man durch. Wir können uns nochmal den Settings Manager anschauen. Währenddessen schließe ich mal die Paketinstallation. Und dann finden wir hier einmal den Einstellungsmanager. Perfekt. Oh, jetzt kommen ja auch nochmal ganz viele Aktualisierungen. Okay, okay, okay. Hier haben wir dann die MX Werkzeuge. Das ist dann das, was wir eben hatten. Die Systemtastatur, Bildschirmeinstellungen, Alza Mixer, Bluetooth Manager können wir hier dann öffnen. Das ist dann der Blue Man. Ich hoffe, dass es das ist. Hier sind dann aber auch nochmal verschiedene Tools, die wir eben schon in MX Tools gesehen haben. Aber wir haben hier nochmal Tint 2 Einstellungen beispielsweise. Da muss ich sagen, ja, so richtig Bescheid weiß ich jetzt nicht, was das Ding hier tut. Eventuell ist das hier unten die Glock, sage ich mal. Tint, MXFB, ja doch. Scheint wohl das zu sein. Aber da muss man wirklich erstmal ein bisschen Bescheid wissen. Wenn wir auf Hilfe gehen, sehen wir, ist jetzt auch nicht so super beschrieben. Also ich glaube, hier wird der Nutzer doch so ein bisschen eingeladen gelassen. Bei manchen Tools, da muss man sich dann doch ein bisschen auskennen. Vielleicht ist Tint 2 auch diese Leiste. Das kann ich jetzt noch, also kann ich tatsächlich selber nicht mal sagen. Es sieht sogar nach dieser Leiste aus. So, Verknüpfungen können wir uns hier anschauen. Was für Verknüpfungen und was für Tastenkombinationen es hier gibt, ist schick, dass es hier eigentlich alles jetzt erstmal direkt in der Liste mit drin ist. Und wir können hier auch die Tastenkombination, Datei bearbeiten, aber das macht dann Spaß. Aber gut, das ist dann eher das Fluxbox-Thema oder die Fluxbox-Einstellungen. Das ist jetzt für Fluxbox, denke ich, schon okay. Also ich finde, das könnte man auch deutlich schlechter machen. Ein Rofi-Manager, was ist der Rofi-Manager? Ja, also hier wird man doch so ein bisschen alleingelassen, was jetzt das alles ist. Hier verlassen Einstellungen, ist dann der Kollege hier und dann können wir einstellen, wie das aussieht. Mhm, okay. Ich glaube, dann nehme ich doch Papyrus-Exit, das sieht doch ganz gut aus. Anwenden, Fenstereinstellungen können wir auch nochmal ändern. Mhm, okay, keine Ahnung. Schließe ich mal und wenn wir jetzt hier auf Abmelden drücken, dann haben wir jetzt hier diese ganz netten Fenster. Das sieht doch okay aus, oder? Ai, 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 ai. Das ist ja wirklich sehr wild. Kann man auch abbrechen. Ich hoffe, ich klicke drauf. Okay, dann ist es wieder weg. So, Look können wir einstellen. Sie können ein aktuelles Design speichern oder ein gespeichertes Design wiederherstellen. Das Ganze wird mitgenommen. Diese Einstellungen ist schick gemacht. Dann haben wir MX Conky, haben wir uns ja schon eben angeschaut. MagShot, das war genau die Benutzerfotoeinstellungen und ich sag mal weitere kosmetische Einstellungen, wie wir jetzt genau heißen und was für einen Benutzernamen wir haben und so. Also ich finde, so häufig wird es leider nicht verwendet. MX Dock Maker haben wir hier einmal. Mit diesem Tool können Sie ein neues Dock mit einer oder mehreren Anwendungen erstellen. Sie können auch ein zuvor erstelltes Dock bearbeiten oder löschen. Und dann können wir dieses Default Dock öffnen und dann anschauen. Ja, cool. Da ist doch ordentlich viel selber programmiert, auch für diesen Dritt-Desktop von MX Linux, sag ich mal. Schick. Okay, ich denke, das wäre es soweit zum Einstellungsmanager. Dann haben wir nochmal irgendwelche Fluxbox-Einstellungen, meine ich. Dafür gehe ich jetzt hier nochmal auf die Kategorien und wähle MX-Werkzeuge vielleicht aus. Nee, da finde ich jetzt nichts. Ich glaube, wir gehen hier unten mal auf Einstellungen und dann kommen wir nochmal... Ach, das sind die App-Finder-Einstellungen dann. Okay, gut. Ja, also wir sehen, natürlich Fluxbox ist ein sehr, sehr einfacher Desktop und das soll er auch sein. Und dann ist es auch voll okay. Aber das, was MX Linux da rausholt, ist doch auch sehr bemerkenswert. Und ich denke, man kann sich jetzt hier auch nicht so groß beschweren. Ja, das wäre es eigentlich auch schon ganz grob zur Review und zum Look auf MX Linux mit Fluxbox. Ich muss sagen, ich bin auch hier ganz positiv angetan. Es gibt viele System-Tools, vor allem für die Administration, die es einfacher machen. Ob es für den reinen, stinknormalen Endanwender wirklich alles so nötig ist, stelle ich jetzt mal dahin. Aber vor allem für Leute, die ein bisschen mehr mit ihrem Linux machen wollen, für die ist MX Linux auf jeden Fall ein Blick wert. MX Fluxbox ist natürlich ein bisschen spezieller, ein bisschen einfacher gestrickt als jetzt ein XFCE. Und ich würde jetzt aus dem Bauch heraus mich dann doch eher für ein XFCE entscheiden als Zier für das Fluxbox. Aber das kann vielleicht auch nochmal ganz andere Gründe haben. Das wäre es soweit zu diesem Video gewesen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Und dann sehen wir uns morgen wieder in einem neuen Adventskalendertürchen. Da werden wir dann nochmal eine weitere Distribution anschauen. Bis dann, macht es gut. Ciao.